McDonalds, McFlurry, Eis, ganz einfach selber machen. Ich zeig euch jetzt, wie das in zwei Minuten geht. Mmmh, geil! Als Geschmack könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich hab mich für Oreos entschieden und die müssen zercrushed werden. Dabei könnt ihr eure ganze Wut rauslassen, dass die Eismaschine bei McDonalds schon wieder nicht funktioniert hat. McDonalds, was ist bei euch eigentlich los? Dann nimmt der Vanilleeiscreme, gebt sie in die Schüssel. Profis kühlen die schon mal vor und ein bisschen Milch dazu. Das Ganze rührt ihr dann cremig. Ich weiß, das wirkt nicht so, aber es macht einen Riesenunterschied. Die Oreos dazu, in einen Glas Becher oder einfach so essen, Topping drüber und fertig, Leute. Teilt das Video mit einer Person, mit der das nachmachen wollte und folgt mir für mehr. Das Video mit einer Person, mit der das nachmachen wollte.